Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Indie Games. Dieses Mal DIA, ein kleines Indie-Game von Vidas Games entwickelt. Und auch dieses könnt ihr euch auf itch.io runterladen und einmal anschauen. Unterstützt die kleinen Entwickler und ohne groß zu quatschen legen wir direkt los. Enter und Feuer. Oh, es geht tatsächlich schon los. Population einer. Ich glaube, das sind wir. Ja, okay. Also, wir können laufen. Sonst können wir nicht. Springen können wir nicht. Okay, wir können tatsächlich nur laufen. Oh Gott. Da liegt eine Leiche. Hallöchen. Okay, der bewegt sich nicht. Also, ich glaube, diese Population 1, das sind tatsächlich wir. Oh, Leute, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich habe, wie immer, keine Ahnung. Da liegt ein Schild. Thank you for your contribution to the city. Okay. 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 Es war ganz kurz die Population auf 2. Können wir das Ganze nochmal machen? Nö. Wir hatten ganz, ganz kurz die Population auf 2 und dann war es wieder rum. Ich frage mich echt, was der Sinn ist. Was ist der Sinn dieses Spiels? The monster didn't find me inside the tower. Gut. Oh. Ein Funkgerät. A radio. It seems to be working. But I can't hear anything. Das geht wieder zu schnell. Diese Texte in diesen Spielen, das ist... Okay. Ich gucke auf jeden Fall weiterhin in die Mülleimer. Weil ich irgendwie glaube, wir könnten da was... Oh. Wie bitte ist der da hochgekommen? Populations... Okay. Also, sobald sich irgendwas bewegt und wenn... Alter. Hallo? Sobald sich etwas bewegt und wenn es nur eine Leiche ist, geht die Population wieder eins hoch? Junge, Junge. If anyone's listening to this, don't get close to the body. Don't touch it. It's not what you think. It's... It's a dead man. What am I saying? But if... If anyone is out there... Okay. Also, wenn er sagt, don't touch the body... Dann werde ich doch mal den... Okay. Bringt nichts. Oh, Leute, komm. Bisschen mehr Action. Und ein paar Jumpscares. Ich möchte mich fürchten. Oh, das Grauen... Das Grauenhafteste an diesem Spiel ist bisher die Musik. Dieser ständig wiederkehrende Soundeffekt. Okay. Ich hoffe, ich komme da durch. Population, immer noch eins. Hello, can you open the gate? Ich glaube, das sagen wir gerade ins Funkgerät. Hallo? Hello? Muss ich jetzt irgendwas drücken? Nö. Ähm... F ist nix. E ist nix. Was machst du da? Oh, Population 2. Aber das könnte auch unser Freund aus dem Funkgerät sein. Äh... Gar nichts. Ich glaube, wir müssen einfach warten. Oder müssen wir die Null drücken? Nö. Äh... Are you outside the city? Yes. No. Ich weiß es nicht. Ähm... Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Was? No. Ich bin hier. Es gibt auch das Körper nach dir. Alter, komm in! Komm in! Ja, schnell. Uh... Wie sieht es hinter uns aus? Ist doch gut. Ist doch alles. Ist doch alles paletti. Ich glaube, der Schlüssel gerade war einmal auf die gesprochenen, auf den Text zu klicken. Auf die gesprochenen Worte. Oh, Leute. Hm, hm, hm. Population. Alter. Alter. Hör auf. Hallo? Kuckuck. Don't touch the body. Nö. Okay. Ich gucke lieber immer mal wieder hinter uns. Weil... Es ist nur so, Dad. Es ist präsentiert, dass ich dich näher zu kommen kann. Es ist auch präsentiert, dass du wie ein Mensch sehst. Der Geist des Diabels guckt. Hallo? Hallo? Ne. So. Mülleimer ist leer. Okay. Population 2. Eine Leiche taucht auf. Jawohl. Hallo? Ne. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Und Population. Okay. Die Leiche ist gestorben. Ja. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib liegen. Danke. Ja. Ach ja, Freunde. Indie Games sind doch was Schönes. Bleibst du liegen? Ja. Ja. Lolo. Und Population 2. 2. 2. Alter! Diese komische Leiche hier, die verfolgt uns. Bleib liegen. Das ist auch immer dieselbe Leiche, oder? Der sieht doch... Der sieht doch immer gleich aus. Soll ich mich mal umdrehen? Okay. Es wird irgendwas passieren. Noch irgendwas wird passieren. Population 1. Hallo? Population 2. Hey, ich sehe dich. Siehst du die Tower? Ich bin hier. Komm, schnell. Ich sehe leider gar nichts. Ah. Okay. Ich hatte keine Angst. Es könnte... Es könnte sich nicht mehr in der Nacht schlafen. Bitte, schnell. Ich will nicht hier alleine getrunken. Wir können zusammen rauskommen. Population? Nö. Aber gleich. Ich glaube nicht, dass wir den Tower einfach so erreichen. Population 2. Ich drehe mich nicht um. Nö. Ich laufe einfach weiter Richtung Tower. Ich glaube, ich habe Atmen gehört hinter mir. Aber es kann auch sein, dass ich mich selbst gehört habe. Population 2. So, Kollege. Mach mal bitte das Tor auf. Wir kommen. Es ist lockt. Freund. Freund. Kollege. Tor. Ihr seid hier? Great. Ich locke die Tür. Ja. Ich habe es gewusst. Alter. Population 0. Vielen Dank für Ihre Beiträge in die Stadt. Ich bin nicht mit dir. Ich bin nicht mit dir. Toll. Das finde ich toll. Einfach mal den angemeldeten Benutzernamen genommen. Sehr schön. Ja. Thank you for playing Dia. Na ja. Gut. An dieser Stelle bleibt mir wie immer nur zu sagen. Unterstützt die kleinen Entwickler. Schaut euch die Indie Games an. Es sind ein paar tolle Minuten. Ja, das waren jetzt 10 Minuten. 10 Minuten Spaß. Ist. Kann man mal machen. Ähm. Unterstützt die kleinen Entwickler. Schaut euch auf itch.io die Indie Games an. Unterstützt bitte auch mich und meinen Kanal. Lasst ein Abo da. Lasst ein Kommentar da. Lasst ein Like da. Und ja. Wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Haltet die Ohren steif. Und. Ciao. 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 Vielen Dank.